Liebe Bettina, guten Abend. Ich darf dich nochmal begrüßen. Es ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute für Parameter Bonn und Online da zu sein. Angelika und ich freuen uns sehr, unsere alte Bekanntschaft und Freundschaft einmal wieder fortzusetzen. Wir kennen uns, glaube ich, seit den 90er Jahren in Plum Village und haben uns immer wieder mal getroffen oder sind uns begegnet. Ich glaube, ein Abend mit dir war schon mal früher vorgesehen, wurde dann aber irgendwie verschoben oder da gab es irgendwie Gründe, dass er nicht stattfinden konnte. Und heute klappt es aber. Herzlich willkommen. Du bist eine ganz alte Schülerin von Thai, von Thich Nhat Hanh. Du hast auch in Plum Village gelebt und an anderen Orten, soviel ich weiß, in Dama-Zentren und wirkst jetzt schon sehr lange in Berlin. Ich weiß nicht, ob du dann selber noch ein bisschen daraus berichtest, aber mir fällt ein, dass du irgendwie in Berlin-Zehlendorf eine Gruppe hast oder eine Sangha und in der Quelle des Mitgefühls und dass du mit Gehmeditation in Berlin auch ab und zu was organisierst. Und heute ist dein Thema Jetzt ist Jetzt. Die Unterzeile habe ich nicht ganz auswendig gelernt für die Anmoderation. Irgendwie Frieden. Du wirst sie gleich selber sagen. Jetzt ist jetzt, glaube ich, der Haupttitel. Herzlich willkommen. Ich übergebe dir gern das Wort. Jetzt dürftet ihr mich hören können. Ja, danke, lieber Jesche, für die Einladung. Das freut mich wirklich auch sehr, wieder mal im Kontakt zu sein. Und ich denke, du hast mich eben auch, wie du es gerade gesagt hast, auch sehr eingeladen als alte Schülerin von Tick Nathan und auch den Wunsch geäußert, zu diesem Thema Frieden zu sprechen, was ich sehr gerne tue. Und natürlich ist das, was ich auch aus der Tradition von Tick Nathan, von meinen Erlebnissen mit ihm teile, sehr meine persönliche Wahrnehmung. Eine andere alte Schülerin hätte jetzt bestimmt einen anderen Vortrag. Ich habe den Vortrag genannt, Jetzt ist die Zeit, Frieden im gegenwärtigen Moment berühren. Und mir war das deshalb ein Bedürfnis, weil in der gegenwärtigen Situation ja so viel Gewalteskalation, Kriege, Bereitschaft zur Gewaltanwendung steigt, dass Frieden so unglaublich weit weg oft erscheint, und auch schon das Wort Frieden. Und das auch sehr betrüben kann. Und ich möchte gern diesen Vortrag über Frieden in dieser Art geben, dass ich über Frieden sprechen möchte als eine Qualität im Inneren, die wir berühren können und die wir auch mit anderen Menschen leben können. Und dass sich aus dieser inneren Qualität Handlungen und Formen entwickeln können. Und es gibt natürlich viele verschiedene Bedeutungsebenen von Frieden, aber ich möchte so auf diese Ebene gehen. Und eben auch den Fokus darauf legen, dass wir Frieden wie alles andere immer nur in diesem Moment leben können. Wenn du ehrlich in Frieden zu leben wünschst, dann musst du gerade jetzt in Frieden sein. Sonst gibt es nur die Hoffnung, dass Frieden irgendwann sein wird. Ein Zitat von Tick Nathan. Ohne Frieden zu sein, kannst du nichts für den Frieden tun. Diese Zitate von Tick Nathan, die sind oft sehr radikal und herausfordernd. Und ich benutze die so gerne, weil ich finde, die wecken wirklich auf. Auch wenn man vielleicht in Widerspruch damit geht, aber sie sind sehr, sehr, sehr kraftvoll. Und ich möchte sie gerne auch hier in dem Vortrag benutzen. Tick Nathan ist so bekannt, er hat Frieden gelehrt, er hat Frieden gelebt und vor allen Dingen, er hat wirklich Frieden verkörpert. Und ich möchte später Beispiele zu geben, aber am Anfang vielleicht nur so eines, was das so deutlich macht, wie weit Frieden, welche unglaublich zentrale Rolle das spielt in diesem Feld von Tick Nathan, in der Gemeinschaft im Plum Village. Als ich dort gelebt habe, war immer wieder klar, dass das Kriterium für Entscheidungen, ob jemand dort leben kann, ob jemand Aspirantin werden kann, ordinieren kann, Dharma-Lehrerin wird, immer die Frage war, lebt diese Person in Harmonie mit ihren Brüdern und Schwestern? Das war die eine Frage. Es ging nicht darum, schönen Dharma-Vortrag halten zu können, sondern lebt die Person in Harmonie? Kann dieser Mensch in Frieden mit anderen Menschen leben? Und wenn dann ja so war, dann waren die anderen Aspekte nicht so wesentlich. Das war das Wesentliche. Und diesen Wunsch, in Frieden miteinander zu leben, auf einer ganz persönlichen Ebene, nicht nur im Großen, ich denke, der ist in allen so gegenwärtig und der scheint manchmal so versperrt zu sein, den zu realisieren. Und ich möchte in einem Vortrag gerne sprechen über in meiner Wahrnehmung wichtige Grundlagen, um in Frieden mit mir und anderen leben zu können und zu schauen, was es braucht. Ich möchte auch dazu Beispiele geben und ich habe zwei Aspekte rausgesucht. Natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Der erste ist dieses wirklich, so sich zurückkehren und Frieden dort wiederherstellen. Und der zweite Aspekt, die Rolle, die unsere Sichtweisen spielen, gerade im Hinblick auf den Frieden, auch nach außen mit Menschen, mit Gruppen, mit Nationen. Die Praxis des Buddha ist die Kunst, Frieden zu sein. Das ist auch ein so wesentlicher Ansatz von Thich Nhat Hanh gewesen für all unsere Praxis. Und seitdem diese Kriege uns so nahe kommen, höre ich von ganz vielen Praktizierenden, wie sehr sie das realisieren, dass das vorher gar nicht so bewusst war, wie sehr die Praxis eine Praxis des Friedens ist. Und wenn mir das bewusst ist, dann kann ich dem auch viel mehr innerlich Raum geben und mich viel mehr darauf ausrichten. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, diese Möglichkeit, Frieden zu berühren, mehr ins Bewusstsein zu bringen, dass das ganz, ganz wichtiger Prozess ist. Und als Praxis fangen wir sowieso ja immer bei uns selber an. Die erste friedvolle Haltung ist, zu sich zurückzukehren und da wieder Frieden herzustellen. Und es ist so klar, in unserem Geist sind Samen des Friedens und sind Samen der Gewalt, des Krieges, die wir dann ausdrücken, in unserem Denken, Sprechen, Handeln. Und wir können uns selber und einer Situation und dem ganzen kollektiven Bewusstsein die Energie von Frieden oder von Friedlosigkeit in jedem Moment zufügen. Und wir kennen das alle, eine Versammlung, irgendwie ist ein Thema, die Gefühle kochen hoch, alles erhitzt sich. Und wenn nur eine Person sagt, hey, mal langsam, kommt mal alle runter, jetzt ist mal gut, ja, dann kann das eine Kehrtwende sein. Und in jedem Moment hat das eine Wirkung. Bin ich wirklich in diesem Moment in Frieden oder in Nichtfrieden? Was füge ich dem Moment mir und anderen bei und zu? Und wenn wir zu uns zurückkommen und bei uns anfangen, dann können wir es direkt mit unserem Körper tun. Direkt immer wieder die Spannung loslassen, wahrnehmen, wo hängt es, wo ist Widerstand. Atmen, ausatmen, loslassen, wieder weit werden. Und das im Körper wieder zu erleben, dass Frieden auch da ist. Dass Frieden da ist in dem Wirken unseres Körpers, dass da so vieles in Harmonie wirkt. Das ist mir alles nicht bewusst. Selbst wenn ich irgendwo einen Schmerz habe, da wirkt so viel in Harmonie zusammen. Und auch Menschen, die nicht praktizieren, die nicht durch Meditation die Ruhe ihres Geistes kultivieren, die können einfach durch eine tiefe Entspannung in ganz friedvolle Zustände ihres Körpers und Geistes gelangen. Einfach indem sie für diese Zeit das, was sich alles draufpackt, loslassen können. Und die Tiefe von Frieden und Ruhe ist natürlich unterschiedlich. Aber Frieden ist in uns berührbar. Und genauso wie in unserem Körper auch, in unserem Geist, mit unseren Gefühlen wieder, mit unseren Geisteszuständen. Wir können den Frieden in uns immer wieder herstellen. Und eben in diesem Ablauf, das war wunderbar, da war alles drin. Ich habe gedacht, das ist alles Friedenspraxis. Da war alles, alles aufgeführt. Meta. Tiefes Annehmen von dem, was da ist. Nicht weiter in den Kampf gehen. Annehmen, damit sein. In Frieden sein können. Anerkennen. Und wieder loslassen. Und als Praktizierende tun wir das so viel. In der Meditation den Geist in Ruhe zu erfahren. In friedvollem Gewahrsein sein. Egal was aufkommt. Angenehm, unangenehm. Schmerz, Freude. Annehmen, anerkennen, wieder loslassen. Und daraus diese Haltung zu entwickeln. Erstmal nur mit etwas da zu sein. Wenn es mir im Alltag entgegenfliegt, die vielen unangenehmen Situationen, die ich eigentlich nicht möchte. Gehe ich damit in Kampf oder kann ich das erstmal annehmen und dann schauen, wie ich damit umgehe. Wie reagiere ich auf das Leben vor mir? Wir können so verletzend, gewalttätig mit uns selber sein. Wenn wir mit uns und Dingen immer wieder in ganz starke Kämpfe gehen. Dignatan hat das genannt, den zweiten Pfeil abschießen. Wenn mich schon ein Pfeil getroffen hat, von mir selber oder von außen, dann noch einen zweiten dazu abzuschießen. Ein Beispiel, wenn ich was tue, was ich eigentlich nicht tun möchte. Ich rede wieder im Ärger. Ich wollte nicht mehr im Ärger reden. Das ist schon ein Pfeil, den ich mir selber auch zufüge. Und der zweite Pfeil wäre, mich dann zu verurteilen. Du bist ein hoffnungsloser Pfeil und jetzt übst du schon so lange und es geht nicht. Oder von außen, wenn mich jemand ablehnt, eine Vorstellung, irgendwo eine Bewerbung. Ich fühle mich verletzt, abgelehnt. Und dann der zweite Pfeil, ja, ist ja kein Wunder. Und du und dies und jenes. Und immer wieder zu üben, einfach mit dem, was da ist, auf meinem Teller, in meinem Leben, damit friedvoll umzugehen, es sein zu lassen, nicht noch mehr drauf zu fügen. Ein tiefes Annehmen. Das kann uns so lernen, auch in Frieden zu sein, wenn ein Problem da ist. Wenn was Ungelöstes da ist in meinem Leben. Ich kann trotzdem in Frieden sein damit. Wir können manche Dinge nicht lösen. Oder viele Dinge nicht lösen. Nicht nur im Globalen, auch im Persönlichen. Wir können das Leben nicht kontrollieren. Aber ich kann immer wieder in den Frieden damit zurückfinden. Und dadurch das ganz anders erleben. Manchmal können wir sehen, dass in diesen so schwierigen Phasen genau auch etwas Heilsames entsteht. Der Lotus im Schlamm wächst. Es gibt so viele Geschichten von Menschen, die durch großes Leid gegangen sind und in denen großes Mitgefühl gewachsen ist. Weil sie über das Kämpfen und über die Ablehnung hinausgegangen sind und das Herz öffnen konnten. Und wenn ich mich darauf einlassen kann, dass das so zusammenhängt, dass Freude und Schmerz so organisch ist, dann ist es auch leichter, nicht so ins Kämpfen zu gehen. Gegen den Schmerz, gegen das Unangenehme. Und was neben dem Umgang mit dem Unerwünschten auch so wichtig ist, um weiter in Frieden sein zu können, ist auch die Freude zu nähern, das Heilsame, die Verbindung zu Schönheit, zu Dingen, die uns freuen, Wertschätzung, Dankbarkeit. Alles, was heilsam ist, was mir gut tut, weil mir das Stabilität schenkt, wenn all diese Wahnsinnsnachrichten auf mich einströmen, um eine Stabilität zu haben, so ein Gegengewicht, immer die Verbindung zur Freude, zum Schönen aufrecht zu erhalten und zu pflegen. Weil mir das auch hilft, mich weiterhin darauf auszurichten. Mich darin zu verankern und mich nicht von dem Dunklen, von dem Bedrohlichen überwältigen zu lassen. Und diese Verankerung da rein, in dieses Heilsame, ins Nicht-Schaden, Metta, die große Freundlichkeit allen gegenüber, das Wohlwollen. Nicht-Schaden wollen, Grundlage der Ethik, das kann uns so viel Kraft und Schutz geben, auch für den inneren Frieden, wenn ich damit verbunden bin. Ich muss nicht von dem Gewalttätigen, von dem Krieg, der um mich tobt, mit dem ich auch verbunden bin, überwältigt werden. Und wenn ich überwältigt bin im Alltag von all den Nachrichten und in mir vielleicht selber Wut, Hass, Verzweiflung, Angst, alles auftaucht, mich trotzdem wieder mit reinzunehmen. Möge ich in der Lage sein, auch in Putin den Menschen zu sehen, die so etwas Schreckliches der Welt den Menschen antun. Möge ich mein Verstehen und mein Mitgefühl lebendig halten können in diesen Stürmen. Möge ich nicht rausfallen. Und immer wieder, der Mensch ist nicht mein Feind, immer wieder dahin zurückzugehen. Immer und immer wieder bei den scheußlichsten Nachrichten. Wie antworte ich darauf, wenn ich von den Gräueltaten lese? Und es müssen nicht nur die großen Geschichten sein, die großen Übeltäter. Auch im Alltag. Wie leicht ist es, Feindseligkeit aufkommen zu lassen, wenn meine Interessen vielleicht nicht entsprochen wird. Ich habe gerade ein Lehrstück hier in meinem Zuhause dazu. Ich wohne ganz am Wald, eigentlich schon fast im Wald. Liebe das, mit den Bäumen, den Vögeln zu sein. Lebe den ganzen Sommer auf dem Balkon, arbeite da. Und dann ist vor einigen Wochen jemand über mir eingezogen in einem Haus, was Pappwände hat. Und die hat angefangen, um halb sieben morgens Fernsehen anzumachen. Und das ging dann den ganzen Tag bis abends und war auch draußen zu hören, selbst in der Hängematte draußen. Und da konnte ich sehen, wie dieses Feindselige aufkam in mir. Und ich habe mir gesagt, Bettina, mach sie nicht zu deiner Feindin. Aber es hat nicht gereicht, es einmal zu sagen. Kommunikation war schwierig. Und immer wieder zu sehen, was für Gedanken kommen in mir auf zu der Person. Und ich habe sehr damit geübt. Ich habe ja einen Brief geschrieben, habe ganz lange daran gesessen, bis ich den so schreiben konnte, dass ich wirklich nur von mir geschrieben habe und nicht über sie oder mit bestimmten Haltungen zu ihr. Und ich spüre, wenn es ums Ich, um mein geht, mein Raum, wie schnell da der andere als ein. Feind ist ein großes Wort, aber nicht mehr als eine Person dasteht, die genau wie ich hier in Frieden leben möchte. Mit anderen Ausrichtungen, mit Fernsehleidenschaften. Aber einfach ein anderer Mensch, der auch so leben will. Und wie ich Menschen sehe als was, das ist so der Übergang zu dem zweiten Punkt heute Abend, den ich so wichtig empfinde. Meine Sicht auf Menschen und meine Sicht aufs Leben. Weil das so die Grundlage ist, wie ich antworte auf das, was mir das Leben so auf den Teller legt. Ich habe den Eindruck, dass in der Öffentlichkeit buddhistische Lehrer sehr anerkannt sind für ihr Mitgefühl oft, der Dalai Lama, Thich Nhat Hanh. Aber dass eigentlich gar nicht so viel darüber gesagt wird, was für Sichtweisen dahinter liegen, die so die Grundlage sind. Und wie ich auf das Leben schaue, mit welchem Verständnis, das bestimmt so sehr, wie ich antworte. Ein Punkt ist, wenn ich das Leben ganz materialistisch, funktional sehe, voller Zweckmäßigkeit, voller Gewinn und Verlust. Oder wenn ich das Leben ansehe als was ganz Unfassbares, Kostbares, Wundervolles, dem ich mit Respekt und Ehrfurcht begegnen kann. Das lässt mich sehr anders auf Gewalt auch reagieren. Die erste Richtlinie, nicht zu töten, wird in Plum Village-Kontext genannt, Ehrfurcht vor dem Leben. Wie schaue ich das Leben an in einer Blume, in einem Insekt, in einem Baum, in einem Kind, in einem Menschen? Die Einladung der Praxis ist, so präsent zu sein, so da zu sein, so wirklich in Kontakt zu sein, tief zu schauen, tief zu leben, dass ich dieses Leben, dieses Wirken dieses Lebens, diese große Verbundenheit erfahren kann. und dann werde ich anders handeln. Ich mag so gern den Vers von Riokan. Tauche ein in das Leben, so tief du kannst, dann kannst du selbst die Blüten sein lassen. Da ist das, finde ich wunderbar drin. Wenn ich voller Respekt bin vor dem Lebendigen, dann wird es mir nicht leicht fallen, Gewalt anzuwenden und zu töten. Und es ist ganz interessant, dass auch viele bekannte Naturwissenschaftler, die sich auf ihre Art ganz tief in das Leben hineinbegeben haben, dass die am Ende ihres Lebens genau bei dieser Ehrfurcht, bei dem Respekt des Lebens auch landen. Hans-Peter Dürr, ein Quantenphysiker, der ganz aktiv war in der Klima und in der Friedensbewegung, der ist so einen Weg gegangen. Der hat am Ende seines Lebens gesagt, mein Leben ist ein einziges Staun. Und seine letzten Worte waren, die galten einer blauen Blume an seinem Bett wohl, was für ein Blau. Das waren wohl seine letzten Worte. Wie schaue ich auf das Leben? Wie sehr öffne ich mich dafür? Und der zweite Aspekt der Sichtweise, die Sicht oder die Einsicht auf das Intersein. Das ist so zentral in dem ganzen Feld von Thikmatan. Er hat den Orden, den Intersein-Orden so genannt. Die Praxis bezieht sich auch in ganz alltäglichen Übungen darauf. Diese tiefe Verbundenheit, Verwogenheit des Lebens, das Ineinandersein, das Nichts aus sich selbst herauslebt, das alle Lebensformen ein Leben sind, das wirklich nicht nur intellektuell zu verstehen, aber auch zu spüren, zu erfahren, zu leben. Und wenn das vom buddhistischen Standpunkt aus interessiert, Erika Erber hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Achtsamkeit und Intersein, wo sie so die ganzen theoretischen Grundlagen aufzieht, was da alles reinfließt in den Begriff von Intersein. Aber für das friedvolle Zusammenleben praktisch ist es so wichtig, das zu sehen. Wenn ich zum Beispiel in einer Familie lebe, zu sehen, mein Glück oder mein Leiden ist keine individuelle Angelegenheit. Wenn ich was durchziehen will, was mich glücklich macht und die anderen sind nicht damit einverstanden, dann kann ich das tun. Aber das Unglück der anderen kommt wieder zu mir zurück. Das Leiden von jemand berührt mich auch. Genauso auf der Ebene von Nationen. Wenn wohlhabende Nationen weiter andere ausbeuten, geht das vielleicht eine Weile gut. Spätestens wenn diese Nationen zusammenbrechen, kommen Flüchtlingsströme, Hilferufe, dann ist es wieder da. Diese Nicht-Trennung wirklich im Alltag, im Blick auf die Welt, sich dafür zu öffnen, ist in meinem Verständnis wirklich ein Schlüssel für friedvolles Zusammenleben. Wenn ich da für mich öffne, dieses Intersein, dann komme ich raus aus der Trennung und dem Entweder-Oder. Israel oder Palästina, Ukraine oder Russland, du oder ich, Entweder-Oder. Tick Natan sagt, die Probleme der Menschheit können nur durch nicht-duales Denken überwunden werden. Dass das der Schlüssel ist. Dass wir sonst immer an der Oberfläche arbeiten. Und ob Klimakrise oder die Kriege jetzt, das ist alles so ein Aufruf, dafür so wach zu werden, diese Verbundenheit zu sehen. Und im Buddhismus gibt es das seit unzähligen Jahren. im Diamantsutra, die vier falschen Vorstellungen vom Selbst, vom Mensch, von Lebewesen, Lebensspanne, kann man als Erläuterung für die ganze Klimakrise sehen. Da ist so viel Einsicht, warum so viel Leiden in der Welt ist. Und auch die Eröffnung, mit welcher anderen Sicht dieses Leiden überwunden werden kann. Und das Erstaunliche ist, dass auch ja in Naturwissenschaften, das alles längst bekannt ist, auf dem Tisch ist. Diese Verbundenheit, dieses Intersein. Aber es ist noch nicht im Mainstream angekommen, noch nicht im Bewusstsein angekommen. Ich möchte ein etwas vorlesen von einer schweizerischen Astrophysikerin, was ich vor kurzem entdeckt habe, was sehr beeindruckend ist und was diese Verbundenheit in Anführungszeichen ist. so, dann fange ich bei dem Zitat an. Das ist von einer Astrophysikerin aus der Schweiz, Katrin Altweg, Professorin. Und sie beschreibt das menschliche Leben auf der Ebene von Atomen. Die Anzahl der Atome ist endlich. Sie werden ständig recycelt. Damit ist die Chance groß, dass die Atome, aus denen Sie und ich gebaut sind, auch schon Teil anderer Lebewesen gewesen sind. Natürlich nicht in der gleichen Konstellation, aber vielleicht haben Sie Atome eines anderen Menschen, eines Baums oder eines Tieres in sich. Die Atome wurden in den Sternen gebildet. Sie sind eigentlich Sterne, die es nicht mehr gibt. Und dann ist die Frage, wie geht es dann, wenn sich unser Körper auflöst weiter? Unsere Atome werden erst einmal auf der Erde bleiben. Irgendwann werden sie von der Sonne absorbiert und dann schließlich ans Universum abgegeben. Und daraus entstehen vielleicht irgendwann wieder andere Sonnen, Planeten, Leben oder was auch immer. In dieser Dimension, in diesem Zusammenhang gehen wir hier alle unseren Alltag und sehen einander an als potenzielle Gegner, Feinde mit viel Diskriminierung, vielen Ideen zum Gegenüber. Und diese Ebene, die ist so, ist kein Geheimnis, die ist eigentlich so auf dem Tisch in unseren Gesellschaften, aber sie sinkt nicht ein. Und für mich ist das wirklich der Punkt, dieses Riesengeschenk vom Buddhismus, dass wir dieses Verstehen durch die Praxis als wirkliche Einsicht erfahren können, dass es ins Herz gerät, in den Körper, dass wir daraus leben können. Weil wie können wir erwarten, dass Menschen, wenn ein Krieg auftaucht, wie können wir sagen, sie sollen nicht parteilich sein. Wenn im Alltag Partei ergreifen, entweder oder, ganz normales Denken ist, wie soll das dann funktionieren, wenn Krieg da ist, wenn es dann auch noch alles so bedrohlich wird. Diese Tendenz Partei zu ergreifen, dieses Entweder oder Denken ist so stark. In ganz kleinen Sachen Ich kenne das in mir so was ganz Kindliches, selbst wenn Freunde in Konflikt geraten, dass so was Kindliches in mir möchte doch jetzt wissen, wer Recht hat. Da ist dieses Entweder oder so so drin. Und da liegt da liegt in Tick Natans Verständnis und ich kann mich dem nur anschließen der Schlüssel für Gewaltlosigkeit und nicht nur auf den großen Ebenen. Er hat dieses schöne Bild von einer Henne dazu gegeben. Ich lese das mal vor. In unserer Welt fehlt es nicht an Menschen, die bereit sind, sich in Aktion zu stürzen. was wir brauchen sind Menschen, die fähig sind zu lieben, fähig nicht Stellung zu beziehen, sodass sie die gesamte Wirklichkeit umarmen können, wie eine Mutterhenne alle ihre kleinen Küken umarmt, mit zwei vollständig ausgebreiteten Flügeln. uns dafür zu öffnen im Alltag, in den kleinen Situationen. Es gibt ein wunderschönes Mantra, was Siknatan uns gegeben hat, um unseren Geist dafür zu öffnen. Und zwar heißt das Darling, you're partially right. Wenn mir jemand was sagt, wenn mich jemand lobt, zu sagen, okay, das mag sein und gleichzeitig you're partially right. Ich habe auch ganz andere Seiten. Wenn mich jemand kritisiert, Darling, you're partially right. Okay, das war jetzt nicht gut von mir. Und da sind auch noch ganz andere Seiten. Einen weiten Blick zu haben, das ist so wesentlich, nicht in die Enge immer wieder zu gehen. Und mir zu vergegenwärtigen, dass meine Sicht, solange ich nicht ganz erwacht bin, immer sehr begrenzt ist. Und auch falsche Wahrnehmungen drin sind. Wie ich mit meiner Sicht umgehe, das hat so viel mit Krieg oder Frieden zu tun. Eine Idee und der Glaube daran, dass das die Wahrheit ist, kann zum Tod von zum Morden von Millionen von Menschen führen. So haben wir das hat so eine Kraft. Im Großen, aber auch im Kleinen. Corona Sangen, Familien haben sich zerschlagen, sind auseinander gegangen, weil es unterschiedliche Ansichten gab. Alles beginnt im Geist und mit unserer Sichtweise. Heute Abend der Vortrag ist ja nicht so lang, deshalb möchte ich nicht so viel vorlesen, aber ich möchte zumindest erwähnen, was eine wunderbare Übung dazu ist. Dign Nathan hat ja inmitten des Vietnamkriegs den Orden Intersein gegründet und die 14 Achtsamkeits Übungen dazu gegeben. Und die Ersten die fangen im Geist an. Offenheit des Geistes, Nichthaften an Ansichten, Freiheit des Denkens. Damit immer wieder zu beginnen. Und ich kann mich darin üben, meine Ansicht als etwas anzubieten. Das ist jetzt das Beste, was ich anbieten kann. So weit kann ich in die Materie reinschauen. Und da ist meine Erfahrung drin, mein Wissen, meine falschen Wahrnehmungen. Das kann ich jetzt anbieten und ich weiß, es ist begrenzt und ich weiß, deine Ansicht ist auch begrenzt. Wir müssen uns nicht streiten darum. Und das ist wirklich Friedensübung. und einander zuzuhören und diesen sichtweisen Raum zu geben, das nimmt so viel an Spannung aus schwierigen Themen. Es gibt dieses Beispiel immer, was gern genannt wird in Plum Village, wenn Tai eingeladen hatte zum Retreat für Palästinenser und Israelis, wo sie sich die ersten Tage nur zugehört haben und dann erst in Dialog gegangen sind. Und ich habe das in diesem Jahr das erste Mal selber erlebt, was das heißt, wenn wirklich in zwei Gruppen eine der anderen nur zuhört. Im Juni-Retreat, das ist so ein Retreat in Plum Village, wo viel alte Schüler kommen, Dharma-Lehrer, stand an Bord Deep Listening von Zusammenkunft von monastischen und Laien-Dharma-Lehrern. Keiner wusste, was es war. Sind wir da hingegangen, dann haben die monastischen Brüder und Schwestern gesagt, wir möchten euch jetzt eineinhalb Stunden nur zuhören, wie es euch geht mit eurem Dharma-Lehrer-Dasein, mit der Gemeinschaft mit den Monastisch, mit den Laien und wir haben uns nur zugehört. Und das war unglaublich, eineinhalb Stunden. Da ist so viel Aufrichtiges von Herzen ausgedrückt worden, viel Liebe, Wertschätzung, aber auch ganz viel Leid, Mangel an Kommunikation, all das, was da ist, ja, wenn Menschen zusammenleben. Und das war so tief, heilend, liebevoll, nährend. Es war wirklich so eines meiner Highlights, die ich jemals im Plum Village erlebt habe. Es war so ein ganz besonderer Moment. Und auf dieser Ebene, da können wir so viel bewirken, Kommunikation, zuhören, liebevoll sprechen, im Kleinen, im Großen. Und ich habe gesehen, Marie Manschatz macht hier den nächsten Vortrag zu den Kommunikationen. Und es gibt so viele Formen, die helfen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach kreativ sind, dass wir das machen, wo wir merken, Kommunikation kommt wieder ins Fließen. Mit meinem Vater konnte ich zum Beispiel nur sprechen, wenn wir spazieren gegangen sind. Wir konnten nicht irgendwo sitzen, da war kein Gespräch möglich, wir mussten laufen dabei. Was geht? Einfach Kommunikation ins Fließen zu bringen. Ja, und ich weiß, wir sind jetzt schon ein bisschen später, wir kommen auch langsam zum Ende. Noch ein Aspekt. Dieses friedvolle Leben mit uns und miteinander, das können wir überall üben, wenn wir wirklich in Frieden leben wollen. In Familie, am Arbeitsplatz und Sangha ist ein wunderbarer Ort dafür, weil wir da alle die gleiche Aspiration teilen und bereit sind, auch Konflikte zu nehmen, dass unser Verstehen wächst, unser Mitgefühl. Dignatan hat ja diesen Fokus auf Sangha, the beloved community, um Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit wirklich zu leben und dieses Zusammenleben ist einfach für uns alle immer wieder ein Prüfstein, wie sieht es mit meinem Verstehen und meiner Liebe und mit meiner Weisheit und meinem Mitgefühl wirklich aus. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir Frieden als was sehen, was berührbar ist, dass wir eine Wahl haben, eine Möglichkeit und das wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen, dass das eine große Wirkung hat. Wer hätte gedacht, dass irgendwann im Mainstream ankommt, nicht rauchen? Ich hätte es mir nie vorstellen können. Es geschehen. Und ich glaube, Frieden kann auch einen ganz anderen Raum einnehmen, wenn wir es mehr ins Bewusstsein einbringen. Gesche im Text, da gibt es glaube ich Nummer sieben, diese Kultur des Friedens. Das geht so in die Richtung, wir brauchen eine Kultur von Frieden, dass sich das ausdehnen kann. Und dass dieses Persönliche, was wir leben, unser Bewusstsein inter ist, verbunden ist mit dem kollektiven Bewusstsein, ist so ermutigend. Ein israelischer Freund, Baruch aus Jerusalem, der ist Dharma-Lehrer dort, der war auch in diesem Juni-Retreat, hat viel erzählt und wenn wir ihm Fragen gestellt haben, wie kannst du mit Sachen so umgehen, hat er immer nur gesagt, wir sitzen alle in einem Boot. Das habe ich bestimmt sieben oder acht Mal von ihm gehört. Wir sitzen alle in einem Boot. Das war so sein Boot. Und uns dafür zu öffnen, dass der große alte Satz vom Buddha Hass kann niemals mit Hass besiegt werden nur mit Liebe und Gewaltlosigkeit, dass wenn wir das Leben auch auf politische Entscheidungsebenen bringen können. Mich hat ganz tief berührt Christiana Figueras, die war auch auf diesem Juni-Retreat, die war von 2010 bis 2016 Generalsekretärin der Klimarahmenkonferenz der Vereinten Nationen, die war maßgeblich beim Pariser Klimaabkommen beteiligt und die hat erzählt von ihrer Arbeit und die stellt sich sehr in diese Übung und dann wurde sie gefragt, bist du nicht mit unheimlich viel Wut und Hass konfrontiert so viele Interessen und du kannst ja keinem gerecht werden, du musst ja immer alles zusammenbringen. Sie hat gesagt, wenn mir jemand mit Wut entgegenkommt, dann nicht immer, aber häufig bin ich dankbar, dass die Person mir die Wut gegenüber bringt, weil ich muss nicht mit Wut antworten. Wenn die Wut woanders rauskommen würde, wird jemand vielleicht mit Wut auch reagieren und noch mehr Wut in die Welt bringen und ich übe mich darin, das nicht zu tun. Und auf so einer Ebene von politischer Handlung, das fand ich unglaublich beeindruckend und sie hat es so gesagt, dass es klar war, sie sagt es nicht nur, sie lebt das auch, sie versucht das auch. Ja, diesen Frieden in uns, der wirklich wirkt, dass wir eine Wahl haben, Moment für Moment, das ins Bewusstsein zu bringen, das wünsche ich uns, dass wir dazu beitragen können alle. Danke für euer Zuhören und danke für die Geduld bei der Unterbrechung. Liebe Bettina, vielen Dank, schon mal soweit. Es soll ja noch ein bisschen Zeit sein für Austausch, auch mit Teilnehmern aus unserer Runde hier, noch läuft das Video. Ich hätte selber eine Frage oder etwas, worauf ich dich gerne mal kurz ansprechen möchte. Ich weiß, aus einer früheren E-Mail-Korrespondenz, du warst genau wie ich, mal etwas überrascht und irritiert davon, dass es ein Video gibt, wo Thich Nhat Hanh die Gewaltfreiheit ein bisschen relativiert hat. Ich kann es jetzt nicht genau wiedergeben, er wurde mal in irgendeiner Gesprächsrunde, Frage- und Antwortrunde gefragt, ob man unter keinen Umständen Gewalt anwenden könnte oder Verständnis dafür haben könnte, dass jemand Gewalt anwendet. Dieses Video wurde relativ viel gepostet vor einiger Zeit und dann sagten auch einige Leute, da seht mal selbst der Thai, der Thich Nhat Hanh ist nicht unter allen Umständen für Gewaltfreiheit. Ich musste mich auch mit dem Argument oder mit diesen Fragen öfters auseinandersetzen, die dann gestellt wurden. Ich habe gesagt, nein, das habt ihr falsch verstanden. So hat er das bestimmt nicht gemeint. Er hat kaum ein Lehrer war wie Thai so konsequent in seiner Betonung auf Friedfertigkeit und Frieden. Wie siehst du das? Weißt du, wovon ich spreche und kannst dich auch daran erinnern? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, auf welche Situation das bezogen war, aber die Thematik ist natürlich klar, es kommen ja immer wieder so Sachen und was ich weiß von Thich Nhat Hanh ist, dass er öfter gesagt hat, oftmals ist es nicht möglich, 100% gewaltlos zu leben, aber tu dein allerbestes und sei so gewaltlos wie es geht. Er hat zum Beispiel auch nicht Leuten gesagt, die in irgendwelchen schwierigen Arbeitssituationen waren, die kritisch waren, ja, ist es legitim, Atomforschung, beim Militär, er hat immer gesagt, du kannst auch beim Militär, du kannst auch in den Bereichen Gewaltlosigkeit mit Gefühl leben und es gab immer wieder auch Menschen im Umfeld, die das gezeigt haben, eine Frau ist ganz bekannt, Cheryl Maples, die war so ein bisschen so ein Repräsentant davon auch, die war in Amerika Polizistin, ist leider durch einen Fahrradunfall gestorben und die hat sich unglaublich da rein begeben, Mitgefühl Liebe, Praxis, Kommunikation in das Polizeisystem in Amerika, in einer Großstadt reinzubringen und war so ein Beispiel dafür, wie sie Leute verhaften kann, wie sie Leute in gewalttätigen Situationen begegnen kann, vielleicht nicht immer ohne Gewalt, ohne körperliche, aber mit dem kleinsten Maß an Gewalt und ich glaube, das hat Tignatan öfter gesagt, es geht nicht darum, zu Hause zu sitzen und nichts mehr zu machen und sich nicht zu bewegen, weil es könnte ja was passieren, oder dieses Beispiel, wenn wir Tee trinken, töten wir die Bakterien, also, aber so viel Prozent wie möglich, auf jeden Fall, das habe ich immer gehört von ihm, also das kann ich so heute dazu sagen. Vielen Dank Bettina für die Antwort. Dann schalte ich jetzt mal die Videoaufnahme ab, denn wenn Teilnehmer sprechen, das nehmen wir in der Regel nie auf und würden es auch nicht veröffentlichen. Vielen Dank schon mal.